hallo hier willkommen bei einem let's play mit dennis hallo und mir konzentri so wie versprochen starten wir jetzt einen let's play together und dafür haben wir uns erst mal portal 2 rausgesucht und ja wir starten das jetzt einfach mal ich wurde ja auch schon nett von dennis eingeladen ich hoffe bloß dass wir keine probleme mehr damit kriegen weil wir haben die schon halbe stunde oder so lange gebraucht um diese scheiße zum laufen zu kriegen und ja jetzt sollte es ja einigermaßen laufen hoffe ich hoffen ich bin wieder diese runde spaß die hier neben der kapitel server macht scheiße bin ich doch nicht mehr okay damit ich hätte lange da so jetzt können sie sich erst mal diese scheiße angucken und ich bin jetzt mal ruhig wirklich was zu hören gibt es ja eh nicht von daher ja dann sollen sie eben unser scheiß anhören also da sieht man wie wir so fertig gemacht werden ja wir bestehen hauptsächlich aus schrott also ich habe schon etwas gespielt aber nicht nur ich war so bei der hälfte ungefähr aber ist halt so wieder einzuflaren oder zu zweit spielen ja ja ok ok warte ich muss den sound jetzt wieder leiser machen und noch leiser geht doch gar nicht egal dann muss ich eben lauter reden heute testen wir mit einem partner so lasst uns denken mein freund habe ich einen hut auf ich aber nein du hast keinen hut auf bei mir was du hast keinen hut auf ich sehe bei mir ja ich weiß es nicht ja mein lieblingsstil ist nun wohl aber kann halt alle ähm ähm ich nehme mal ähm was nehme ich nehme halt auch das hier okay voll die schlampe das hat man fest auch schon mal ja eben denn es hat das gleiche genommen und sie hat die gleiche Scheiße abgelassen wie gerade ich bin für diesen Test gebe ich vor der Tag zu sein springen auf Mausrat nicht so toll nicht so toll ich hab's zoomen auf den ja ich meine jetzt Mausrat scrollen ach so ja ich will auch ein Portalgerät dann geh doch drüber aber ich bin ich glaube nicht so ganz warm ja ich muss nur ein Motiv montiert ich bin ja okay lass mich mal rüber ich bin er muss nur mit F Also hier, ähm, hast du Portal 2 auch schon durchgespielt, also storymäßig? Ja, schon dreimal Alter Und hier halt, ähm, Community Maps habe ich auch ein paar Mal durchgespielt Mh, ne, ich hatte nicht wirklich nervt dazu Also ich bin an einer Stelle, wie gesagt, nicht weitergekommen und hatte auch keinen Bock mehr zu Ja, ich spiele vielleicht irgendwann mal weiter, aber Musstum Ja, das ist nicht so Hier, wie heißt, was wollte ich noch sagen Um, na, 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 na Nein, ich wollte mir gar nichts mehr sagen Ne, ich wollte gar nichts mehr sagen Wie, hi! Eeeh! Eeeh! Warum ersteckt überhaupt einen Scheißroboter in diese Kacke da Säure Ja nur solche Ach so ok ok Oh shit, passt auf den Lande Michael Jordan Style So hast du eigentlich aufgenommen, also wie lange die Aufnahme jetzt läuft? Das funktioniert nicht Wie? Machen wir das Oh Oh Wie soll ich da oben gerade kommen? Okay so Und jetzt? Achso Garabanger Ach ja, ähm Ja wie wissen wir jetzt wie lange die Aufnahme? Also ja, mach mal jetzt mal Gefühlsmäßig Okay, bin gefühlsmäßig Geh frühe, geh frühe Hey du hast mein Arm verletzt, also Siehst du, ich gebe Oh Niemand will mir High Five geben Ja Wenn wir neu zusammen gebastelt würden Ihh, wir wurden auch voneinander genommen Ja Okay, ähm Ja, das war gerade mal so erster Eindruck vom Spiel Irgendwie oder tutorialmäßig Und Wir sind hier fleißig am abnehmen Sieht man Joggen Ein bisschen So Dies ist das Forschungszentrum für menschliche Testsojekte des Computer Intelligence Training Wenn ich das bloß aussprechen könnte Alter Teamaufbau Neuen Teststrecke Ne Da kann man nur wählen welche man haben will Wenn man noch welche neu spielen will Ach so, okay Kann man uns nicht einfach porten Junge Ja, okay Diese Ladesequenzen gehen wir langsam auf den Sack Ja, das wirst du jetzt noch ein paar mal sehen müssen Ja Ja Okay Okay Ich reiß mich zusammen Ich muss, mir fällt gerade auf Ich muss ein bisschen die Auflösung richtig machen Wieso Hier geht das um Weil Irgendwie Okay Ich lass die Olle mal aussprechen Ja, jetzt hat sie ausgefangen Die waren das nochmal Irgendwie Tja Da So, warte, nee Nee, nee, nee Hier, na, nee, jetzt geh mal auf der anderen knapp Okay Äh, äh, minus, du bist du es hier Five fünf 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 hier, ey den anderen Scheiss Nee, Scheiße Doch hier den lilanen musst Du da hinten in die Wand soviel vorgesehen werden hier ist jeder Auge plackert nur hier ein bisschen hoch Prozent Warte hatte macht man da das blaue Teil dahin und da an die Wand macht das Lille als er ich habe gesehen jetzt komme ich rüber jetzt wissenschaftliche spitzenleistungen sind das ergebnis von teamarbeit ich bestehe wirklich aus schrott alter bei 5 geht meine hand fast kaputt alter so gefühlsmäßig gefühlsmäßig atlas naja jetzt sieht man wie ich aufgenähe wie du aufgebaut bist okay 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 ihre stimme hat mich schon anfangs so so aufgeregt sie hat immer so hinterhältig geklungen und am ende war sie wirklich warte ich soll ich muss ja punkt punkte drücken ich erwarte bringt ja gar nichts dass ich komme also noch mal drüber und wie du hast auf mein portal geschossen das wird weg gemacht oder nein ich kann ja dein portal nicht weg machen doch wenn er drauf steht durch das portal okay dann habe ich mein portal weg ich bin hier ein bisschen noch nur bin ich also verzeiht mir ist aber nicht schlimm ich krieg dich ich krieg dich okay okay komm so das ist mir teilen genau ja ich habe jetzt gedrückt was jetzt ja dann musst du unten zu deinem anderen und wer hat es nicht gehabt und jetzt ja siehst du ja alle müssen orange sein warte meins habe ich hier schon war der zählt aber nicht für immer deswegen warte 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 ich habe mir okay das war so abloben so so die Böse zu tun so meint es ist ganz linke schneller schneller wir laufen viel zu langsam für Roboter euch für Bauer und nicht für Bauer die Böse zu sagen ich will ja ich übernehme die ganze arbeit ja und du und du du rollst hier durch und wieder werden wir aufeinander genommen okay man könnte diese sequenzen ein bisschen ich weiß nicht ein bisschen und da haltungsfreudiger oder wie man das auch so sagen könnte machen also ich will nicht wissen was in mir steckt wenn ein roboter ist aber es wird mir trotzdem gezeigt okay macht man da irgendwie das kommt das funktioniert oder wusste noch wir sind voll gut man das was gesehen hat gerade lecker die so da nehmen in den erlangen ach so die kacke die kann ja schießt man sich ja ganz vergessen müssen musste die Erwanderung hier du machst auf und ich sprich die alle nieder zu vermitteln wo ich wollte und jetzt komme ich nicht dran nur und er war jetzt muss irgendwie so unbeleitig werden rutscht das mit der dritte über dort aber da muss Euro und hier auch das bringt nachher nachher die Hälfte ich kann springen warum sind sie so kurz weiter die Lärm die Welten Levels